Ein Volkswagen Charan steht hier zum Verkauf. Sieben Personen haben in diesem grauen 5 Thüringen-Bendplatz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 100.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2012. Der Venn bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 170 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 5,8 Liter pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017